14.6 Uhr habe ich begonnen, hier einzuschaufeln. Das eine Foto, da war ich gerade so am Anzünden und Anlegen, das war 12.24 Uhr, 12.26 Uhr, habe ich da zwei Fotos gemacht, habe ich gesehen. Genau, das heißt, vielleicht habe ich hier mit dem Kuntiki halb zwölf begonnen, den auszuschachten, das Ding hinzubauen, Feuerholz eingesammelt, rein, genau, jetzt sind es neun Säcke, sind das geworden, neun Säcke, wenn man die kaufen würde, wären es 36 Dollar hier, immerhin 36 Dollar, die ersten Bill, aber ja, so Pima down, würde ich sagen, weil der ist so Bill feiner, vielleicht wären sie sogar 5 Dollar, das heißt, ja, dann wären es 45, äh, 45, genau. Ja, also an der Stelle hätte man durchaus die Holzkohle lassen können, vermixen und schön warm drauf. Ich hatte nun einen Nimmeter Kettensäge vorgesägt, einfach das ganze Zeug einfach mal reingeschmissen, das hat es nicht verkohlt. Ja, ja, kann man optimieren, ich will so ein Gestell bauen hier, dann kann ich das klein sägen, oder man holt es halt wieder raus, schmeißt es beim nächsten Mal wieder rein, spielt alles keine Rolle, Hauptsache es geht schnell. Am Ende neun Säcke, ja, ja, in, was war das dann, Brenndauer, ne, unter 10 Stunden, unter 2 Stunden Brenndauer, genau. Ja, ja, vielleicht, ja, zum Schluss, mit dem Sägemehl hat es sich noch ein bisschen hingezogen, vielleicht hätte ich das noch ein bisschen weniger nehmen sollen. Keine Ahnung, ob man da schon wieder ein bisschen was verloren hat, weil das so lange dauert, oder ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, den Ring werde ich das nächste Mal größer machen, selbst wenn ich einen Baum setze, das macht ja nichts, wenn das Ring so ein bisschen mehr abbrannt, das kann man dann wieder alles zusammen machen, dass man wirklich die langen Stücke, alles so lange wie möglich, oder man arbeitet doch mal mit einem Quadrat, macht so die Ecken zusammen, keine Ahnung, aber soweit erst mal die Gedanken dazu, immerhin, funktioniert, hatte hier langgelaufen, ey, lag so viel Zeit rum, dachte ich muss mal zur Holzkohle machen, ja. Neun, neun Säcke, Pima Daumen, jetzt bin ich drei Stunden und 15 Minuten hier, genau. Auf jeden Fall, ne, Einschaffen dauert auch eine halbe Stunde, das dauert alles, ne, also, ja, dauert alles Zeit. und dann, ne, es geht auch weiter. Vielen Dank.